Hallo, hier ist Marian aus Kopenhagen. Es ist ja ein tolles Wetter für eine Demo. Und ich habe auch schon ein paar Polizisten unten bei meinem Hotel langlaufen sehen. Na, ich werde mal das Stativ zu Hause lassen, nur für alle Fälle. Also bis später bei der Demo. Wie man sieht, ist der Klimawandel sicher nicht das einzige Thema, das die Welt beschäftigt. Aber in diesen Tagen in Kopenhagen ist er sicher das Wichtigste. Vor dem Parlament in Kopenhagen haben sich zehntausende Menschen eingefunden, manche sagen sogar hunderttausend. Wichtigste. Am schönsten fand ich den Wagen von Greenpeace. Mit einer sehr drastischen Charakterisierung der Politiker, die hier über ein Klimaabkommen verhandeln sollen. Sie erscheinen als Marionetten eines Wirtschaftssystems, das sie nicht regieren, sondern das sie beherrscht. Und unsere Freunde in Blau haben uns natürlich wie immer ganz toll beschützt. Wichtigste. 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 Wichtigste.